Mit einer Höhe von bis zu 1,40 Meter ist der Schuhschnabel ein imposantes Raubtier. Sein Schnabel ist über 20 Zentimeter lang, 10 Zentimeter breit und mit einem gefährlichen Haken an der Spitze ausgestattet, mit dem er seine Beute greift und durchbohrt. Doch seine wohl wirkungsvollste Waffe ist seine Tarnung. Der Schuhschnabel packt das Webervogelküken mit seinem Schnabel und verschluckt es in einem Stück. Die Webervogelfamilie schaut hilflos zu.